Die Ingenieure von Bizerba lieben Perfektion. Deshalb haben sie bei der X-Class eine perfekte Waage mit einem perfekten Innenleben ausgestattet und drumherum eine perfekte Oberfläche gehüllt. Wir finden, das kann sich sehen lassen. Sehen muss man auch den Wechsel der Papierrollen beim Easy-Load-Drucker. Der Austausch der Papiersorten erfolgt so schnell und einfach, dass es eine wahre Freude ist. Einfach öffnen, Bohrrollen bis 80 mm Breite, linerless Papier oder Etikettenrollen einlegen und sofort weiterarbeiten. Und das zahlt sich im Alltag aus, denn der Easy-Load-Drucker verkürzt die Wartezeit am Verkaufsort und die Schulung der Mitarbeiter. Die Easy-Clean-Oberfläche der X-Class sieht nicht nur gut aus, bei ihr lassen sich sogar Fehletiketten ganz einfach wieder ablösen. Wir empfehlen, am besten verwenden Sie Papier und Etiketten von Bizerba. Dann sind Sie beim Thema Qualität rundum zufrieden. Dank der rahmenlosen Konstruktion des Easy-Clean-Displays kann sich dort kein Schmutz festsetzen. Der Vorteil für den Kunden, die Wagen lassen sich schneller reinigen und bieten damit eine tägliche Zeit- und Kostenersparnis. X-fach sauber, die Easy-Clean-Oberfläche und die praktische Befestigung der beweglichen Teile sorgen für eine enorme Erleichterung bei der täglichen Reinigung. Und damit Sie in puncto Hygiene immer auf der sicheren Seite sind, verwenden Sie bitte Produkte aus der Bizerba-Pflegeserie.